Der vertreten Treue erwecken für alle Sterbenden. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus Barmherzigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsvorte. Gebeten. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Blut tränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Blut tränen, dass der böse Fein keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilandsvorte. Ich brauche Sühneseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Marie. Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch. Rettet alle Seelen. Besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen.